hallo und willkommen zu dem guide wie benutze ich ich habe eine gruppe jetzt will ich reißen richtig zunächst einmal sollte man in den raid reingehen die leute die man porten will der skill gibt es den skill gibt es ab einer gruppe von einer gilde von level 21 und ich bin jetzt mit mordler hier in einer pvp gruppe und mal sehen wer hier alles annimmt import bin ich mal gespannt die ersten sind schon da und haben angenommen bin ich mal gespannt hier hat meinigen genommen anstatt mal zu gucken wohin es geht anstatt zum pvp-boss ging es letztendlich jetzt doch nach sturmwind rein und ja da die leute leider im kampf sind gibt es hier anstatt dem pvp-boss ein wenig pvp in sturmwind und das ist natürlich nicht schlecht die horde einfach mal nach sturmwind rein supporten ah da macht einer portal müssen wir natürlich hier in kampf verwickeln und da bin ich wieder tot die ersten allis haben sich schon gemerkt die greifen die hortler an auf jeden fall so könnt ihr ganz einfach habt eine gruppe jetzt will ich reisen verwenden das macht spaß die leute wollen pvp machen also lasst den leuten noch ein wenig pvp sind die ersten auch schon tot da geht der kampf richtig los und ich wünsche euch viel spaß mit dem lustigen talent talent ist es ja nicht aber mit dem lustigen tool aus der gillen vom gillen bonus viel spaß und bei bis zum nächsten mal